Ja, das war super, weil sie ist halt, also ich bin ja, was Schauspielerei angeht, gerade was eine Hauptrolle angeht, natürlich blutiger Anfänger und da war es sehr schön mit Fritzi zusammenzuarbeiten, wo man halt weiß, die hat total viel Erfahrung, die hat das schon oft gemacht und ich konnte sie halt auch öfters mal fragen, wie man das macht. Also wie komme ich da jetzt, wenn ich morgens um sechs Uhr geweckt werde, um halb sieben in der Maske bin, wie komme ich um sieben in diese Tiefel rein, dass ich sage, ach, ist das aber alles schön, was man dann vielleicht nicht so hat, also wo holt man das her und da war die Zusammenarbeit super und vor allem kann sie ja auch richtig lustig sein. Da war, glaube ich, das hat sich so ganz gut ergänzt, dass sie so mehr aus dem ernsten Fach kommt, ich mehr aus dem komischen Fach komme und ist natürlich eine Komödie, von daher ist das natürlich schon dicht an meiner Arbeit dran, aber was die Schauspielerei angeht, ist das irgendwie, hat sich das ganz gut ergänzt.